Ausgangspunkt ist diesmal eine Werbung, die mir unterwegs aufgefallen ist. Eine Druckerei in Neusses bei Augsburg wirbt mit dem Slogan Heidno druckt und Heidno gliefert. Die Werbestrategie ist hier mit der Verschriftlichung des Dialekts die regionale Verwurzelung auszudrücken. Angesichts von Heidno könnte man auch auf die Entrundung im Oberdeutschen eingehen. In diesem Video soll es aber um die Formen druckt und gliefert gehen. Es handelt sich hier um die verkürzten Partizipformen gedruckt und geliefert. In gliefert ist das noch gut zu erkennen, hier fällt nur das e aus. In druckt wird hingegen das ganze Präfix weggelassen. Wie kommt es zu diesem Unterschied? Zunächst mal noch Belege dafür, dass Formen wie gliefert sehr weit verbreitet sind. Hier ein paar weitere Beispiele aus der Datenbank für gesprochenes Deutsch. Gsagt, gredet, gsen, kolt, glesen und gfarn. Immer wird das unbetonte e, das sogenannte schwa, getilgt. Wenn ein unbetonter Vokal am Wortende wegfällt, spricht man von einer Apokope. Geschieht das wie hier im Wortinneren, nennt man das Synkope. Ein Prozess, der in der deutschen Sprachgeschichte schon häufiger vonstatten ging. Beispielsweise endeten Verben in der dritten Singular im Mittelhochdeutschen noch mit et, zum Neuhochdeutschen wurde das e beseitigt. Ein analoger Fall zu den zuvor genannten wäre das Wort Glauben, denn im Mittelhochdeutschen lautete es tatsächlich noch meist Glauben, wie hier im Nibelungenlied. Normalerweise hat die Synkope beim GE aber nur in der regionalen Umgangssprache, insbesondere im oberdeutschen Raum stattgefunden und sich nicht im Standarddeutschen durchgesetzt. Von der Synkope sind übrigens nicht nur Verben betroffen, sondern auch andere Wortarten, wie etwa gesund beziehungsweise gesund. An diesem Wort zeigt sich auch, dass das G sogar häufig zum K verhärtet wird, wodurch sich die scherzhafte Schreibung mit X ergibt. Auf die Synkope werde ich nun aber nicht weiter eingehen, konzentrieren wir uns nun stattdessen auf das Druckt, wo das ganze GE wegfällt. Denn auch solche Fälle finden sich in der Datenbank für gesprochenes Deutsch. Kauft statt gekauft, dacht statt gedacht, abbaut statt abgebaut, gangen statt gegangen, plan statt geplant, kriegt statt gekriegt. Warum also wird bei diesen Verben das ganze Präfix weggelassen? Das hat phonetische Gründe. Hier sehen wir die beiden Gruppen im direkten Vergleich. In beiden Fällen prallt durch die Synkope das GE auf einen anderen Konsonanten. Solche Konsonanten-Cluster haben wir häufig im Deutschen und in den meisten Fällen bereitet uns das keine Probleme bei der Aussprache, wie eben bei Clifford und den anderen Beispielen auf der linken Seite. Die Verben auf der rechten Seite haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie beginnen mit einem Plosiven Laut. Und da das GE selbst ein Plosiv ist, treffen hier zwei direkt aufeinander. Dadurch sind sie schwer auszusprechen. Gedruckt, gekauft, gedacht und so weiter. Weshalb auch das GE ausfällt. Ob das GE ausfällt oder nicht, hängt also davon ab, ob ein Plosiv nachfolgt oder nicht. Plosive im Deutschen sind B, P, D, T, G und K und der sogenannte Glotteschlag, den ich hier aber außen vorlasse. Sie werden auch Verschlusslaute genannt, denn bei diesen Konsonanten wird der Luftstrom an einer Stelle im Mund- und Rachenraum gestaut und dann sozusagen explosionsartig geöffnet. Bei B und P öffnen wir die Lippen plötzlich. Bei D und T löst sich die Zunge vom Zahndamm, bei G und K vom hinteren Gaumen. Deshalb kann man Plosive nicht halten, sondern nur einmal produzieren. B, P, D, T, G, K. Das ist der Unterschied zu anderen Lauten. Den Frikativ F beispielsweise kann nicht so lange halten, wie ich eben Luft habe. Ein Merkspruch, den ich mir für die Plosive ausgedacht habe. Explosion, Gebäude kippt. Die Konsonanten in diesen beiden Wörtern sind die Plosive. In Gebäude die Stimmhaften, in Kippt die Stimmlosen. Im Auslaut kann es sehr wohl sein, dass zwei Plosive aufeinandertreffen. Gerade bei flektierten Verbformen haben wir das sehr häufig. Kippt ist da ein gutes Beispiel. Andere Sprachen haben diese Konsonantencluster nicht oder zumindest nicht so häufig. Im Anlaut ist die Kombination aus zwei Plosiven jedoch auch im Deutschen nicht möglich. Deshalb wirken Fremdwörter wie Pterodactylus ziemlich seltsam auf uns. Auch mit der Aussprache der polnischen Stadt Gdansk tun wir uns schwer. Meistens wird noch immer der eingedeutschte Name Danzig verwendet. Und genauso ist das auch bei einem Wortweg Druckt. Die Kombination aus zwei Plosiven ist herausfordernd für uns. Deshalb wird entweder die Synkope gar nicht durchgeführt oder aber das G wird vollständig weggelassen. Es kommt zu einer sogenannten totalen Assimilation. Was das ist, habe ich bereits in einem anderen Video erklärt. Wie diese Karte anhand von Gebrochen zeigt, scheint das Phänomen im deutschsprachigen Raum weit verbreitet zu sein. In den grünen Bereichen wird die Variante Brochen bevorzugt. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Karte auf älteren Daten basiert. So sind im DGD-Korpus auch einige Belege für den mitteldeutschen Raum zu finden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und es wird der ein oder andere Daumen hoch drückt. Aber das Video bekommt werde rede restrauschen. Hier ist noch, dass wir die Karte an der Laufe patients Blade Fund durchführen. Untertitelung des ZDF, 2020